Hallo und willkommen zu einem neuen Video zum Thema Datenbanken. Heute geht es wieder um SQL-Abfragen und zwar solchen, in welchen wir Daten aus mehreren Tabellen miteinander verknüpfen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Verknüpfungen zwischen Tabellen können wir natürlich über Joints herstellen. Jedoch können wir nicht alle komplexen Abfragen nur über Joints lösen. Manche lassen sich auch oder sogar nur über ineinander geschachtelte Abfragen, sogenannten Subqueries, realisieren. Zum Beispiel, wenn wir wissen möchten, welche MitarbeiterInnen dieser Bäckerei mehr als das Durchschnittsgehalt verdienen. Beantworten wir zuerst einmal die Frage, was eine Subquery eigentlich genau ist. Unter einer Subquery in SQL verstehen wir eine Abfrage, die in einer äußeren Abfrage, der sogenannten Hauptquery, eingebettet ist. Eine Subquery wird daher auch innere Abfrage genannt. Die äußere Abfrage kann, wie in diesem Beispiel, eine Select-Anweisung, aber auch eine Insert, Update oder Delete-Anweisung sein. Meist werden Subqueries, wie hier, in der WHERE-Klausel der Hauptquery verwendet. Sie können aber zum Beispiel auch im Select-Teil der Query in der HAVING- oder in der FROM-Klausel stehen. Eine Subquery muss übrigens stets in Klammern stehen. Sie wird immer vor der Hauptquery ausgeführt und ihr Ergebnis wird dann in der Hauptquery verwendet. Subqueries kann man in unterschiedlichen Situationen einsetzen. Oft liefert die innere Abfrage nur einen Wert, also genau eine Spalte mit einer Zeile als Ergebnis. Das nennt man dann Skalar. Dieser wird dann mit dem Ergebnis der äußeren Query verglichen. Folgendes Beispiel. Wir möchten nachsehen, welche MitarbeiterInnen in der Filiale arbeiten, in der Stefan Beck arbeitet. Die Filialnummer von ihm ist uns leider nicht bekannt. Für diese Abfrage können wir eine Subquery verwenden. Diese liefert einen Einzelwert für den Vergleich, nämlich die Filialnummer von Stefan Beck. Als Ergebnis möchten wir die Spalten Vorname, Nachname und die Filialnummer aus der Tabelle Mitarbeiter ausgeben. Und zwar jene, die eine ganz bestimmte Filialnummer haben. Wir schreiben also WHERE Filialnummer ist gleich. Leider weiß ich die Filialnummer von Stefan Beck nicht auswendig. Wir müssen also in der Datenbank nachsehen. Dazu schreiben wir eine eigene Abfrage, welche uns dann den Wert als Ergebnis liefert. Es ist in der Hauptquery, also unserer äußeren Abfrage dann so, als hätten wir den Wert gewusst und hier an diese Stelle geschrieben. Wie sieht nun die Subquery aus? Diese kommt in Klammern und soll uns die Filialnummer ausgeben. Aus der Tabelle Mitarbeiter. Und zwar jene, wo der Vorname Stefan und der Nachname Beck lautet. Schauen wir uns einmal das Ergebnis der Subquery an. Diese liefert uns den Wert 42, die Filialnummer von Stefan Beck. Wird die gesamte SQL-Abfrage ausgeführt, wird zuerst die innere Abfrage unabhängig von der äußeren ausgewertet und der ermittelte Wert an die äußere übergeben. Das ist in unserem Fall die Zahl 42. Und somit erhalten wir alle MitarbeiterInnen, die in der gleichen Filiale arbeiten wie Stefan Beck. Auch Stefan Beck selbst scheint hier auf. Solche Subqueries, die uns einen Einzelwert als Ergebnis an die Hauptquery liefern, können viele Arten von Abfragen sein. So können wir in Subqueries unter anderem auch Aggregatsfunktionen nutzen. Das brauchen wir, wenn wir zum Beispiel alle MitarbeiterInnen der Bäckerei ermitteln wollen, die mehr verdienen als das Durchschnittsgehalt. Dafür erstellen wir zuerst die Hauptquery, in der wir uns die Spalten Vorname, Nachname, BG für Bruttogehalt und Filialnummer aus der Tabelle Mitarbeiter anzeigen lassen. In der WHERE-Klausel möchten wir über den Operator größer das jeweilige Gehalt mit dem Durchschnittsgehalt vergleichen. Aggregatsfunktionen dürfen wir in der WHERE-Klausel nicht direkt anwenden. Auch wissen wir nicht auswendig, wie hoch das Durchschnittsgehalt ist, können also auch keinen konkreten Wert hinschreiben. Deshalb erstellen wir an dieser Stelle eine Subquery, die für uns zuerst das gewünschte Durchschnittsgehalt ermittelt und dieses dann an die Hauptquery zur Verfügung stellt. Wenn die SQL-Abfrage ausgeführt wird, wird zuerst die innere Abfrage unabhängig von der äußeren ausgeführt. Die innere Abfrage liefert uns den Wert 1988. Die äußere Abfrage verwendet nun dieses Ergebnis, um es mit den Werten in der Spalte BG für Bruttogehalt der Hauptquery zu vergleichen. Das Ergebnis einer Subquery muss also für den gewählten Vergleichsoperator geeignet sein. So erhalten wir das gewünschte Ergebnis. Wir sehen, es werden all jene MitarbeiterInnen angezeigt, die mehr als das Durchschnittsgehalt verdienen. Dieses liegt ja, wie wir wissen, bei 1988. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit einer Subquery ist es, zu ermitteln, ob ein Wert der äußeren Abfrage in den Ergebnissen der inneren Abfrage enthalten ist. Dies ist eine Subquery mit mehreren Rückgabezeilen. Sie returniert eine Spalte mit mehreren Zeilen an die Hauptquery, wo dann mit Mengenoperatoren wie Any, All oder In gearbeitet werden kann. Sehen wir uns auch dafür ein Beispiel an. Wir möchten nun wissen, welche MitarbeiterInnen weniger verdienen als sämtliche MitarbeiterInnen der Filiale 42. Dafür wählen wir in der Hauptquery den Vor-, den Nachnamen, das Bruttogehalt und die Filialnummer aus der Tabelle Mitarbeiter aus. In der WHERE-Klausel wollen wir nun deren Bruttogehalt mit der Ergebnistabelle der Subquery vergleichen. Für den Vergleich verwenden wir den Mengenoperator ALL. Dieser wird immer zusammen mit einem Vergleichsoperator verwendet, hier dem kleiner als. Der Ausdruck liefert wahr, wenn für alle Werte in der Subquery die Bedingung erfüllt ist. Hier also, wenn das Bruttogehalt der jeweiligen Person kleiner ist als alle Einträge in der Subquery. Kleiner als was? Und zwar das Bruttogehalt der MitarbeiterInnen in der Filiale 42. Das ist also unsere innere Abfrage, die Subquery. Diese liefert uns eine Ergebnistabelle mit einer Spalte und mehreren Zeilen. Der Vergleich mit kleiner ALL liefert wahr, wenn ein Bruttogehalt der Hauptquery kleiner ist als der geringste Betrag aus der Filiale 42, also kleiner als 1910 Euro. Damit erhalten wir das gesuchte Ergebnis. Das sind also all jene MitarbeiterInnen, die weniger verdienen als jene der Filiale 42. Bisher lieferte uns die Subquery einen einzelnen Wert oder mehrere Werte einer Spalte als Ergebnis. Sie kann aber auch mehrere Spalten als Ergebnis liefern. Dabei ist zu beachten, dass der Vergleich in der WHERE-Klausel über dieselben Spalten geschieht. Ermitteln wir nun alle MitarbeiterInnen der Bäckerei, die in einem Ort mit einer Filiale wohnen und auch in dieser Filiale arbeiten. In der äußeren Abfrage wählen wir also den Vor-, den Nachnamen und den Ort aus der Tabelle Mitarbeiter aus. In der WHERE-Klausel vergleichen wir nun den Ort, in dem die MitarbeiterInnen wohnen und die Filialnummer, in der sie arbeiten, mit den Ergebnissen der inneren Abfrage. Da die Orte und Filialnummern übereinstimmen sollen, verwenden wir in unserem Beispiel den Vergleichsoperator ist gleich. Nun brauchen wir noch einen Vergleichsoperator, da ansonsten die gesamte Ergebnisliste der inneren Abfrage diesem gleich sein muss. Wir verwenden hier ANY für den Vergleich. ANY benötigt einen der Vergleichsoperatoren, wie hier das ist gleich, und liefert wahr, sobald irgendeine Zeile der Ergebnistabelle der inneren Abfrage die Bedingungen erfüllt. Damit wir das Tupel Ort-Filialnummer vergleichen können, muss die innere Abfrage dieselbe Anzahl an Spalten mit denselben Datentypen in derselben Reihenfolge als Ergebnisliefer. Daher rufen wir hier die Orte aller Filialen und die zugehörigen Filialnummern aus der Tabelle Filiale ab. Die innere Abfrage liefert also diese Ergebnistabelle. Es gibt also Filialen in Klagenfurt, in Wien und in Graz. Das sind also die MitarbeiterInnen, die in der Filiale ihres Wohnortes arbeiten. Übrigens, alternativ zu ist gleich ANY können wir in dieser Abfrage auch IN schreiben. Die beiden sind nämlich äquivalent zueinander. Wir erhalten dasselbe Ergebnis. Manchmal kann es passieren, dass die innere Abfrage keine Datensätze enthält. In diesem Fall scheitert der Vergleich und die äußere Abfrage ist ebenfalls leer. Und somit auch die Ergebnistabelle. Wir haben heute einfache Subqueries behandelt und kennen nun deren typische Anwendungsbereiche. Wir wissen, dass sie unabhängig von der Hauptquery ausgeführt werden und dieser ein Ergebnis für den Vergleich liefert. Entweder in Form eines einzelnen Wertes oder in Form mehrerer Zeilen oder mehrerer Spalten. Danke fürs Dabeibleiben, ich muss jetzt wieder los. Bis zum nächsten Mal! Okay.